Oh mein Gott. So dreht man her. Komm, wir reden. Okay, wo geht's denn hier? Weiter können wir die Kamera nicht drehen. Wie war denn das mit... Soll ich die jetzt anquatschen? Nee, wir können hier einfach lang gehen. Hä, ich bin prominent. Okay, mit dem können wir nichts machen. Kann man den Rest eigentlich? Könnte man, will ich aber nicht. Okay. Da steht Exit. Was machen die da? Warum fotografieren die mich? Haben sie ja zum Glück gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Da ist auch ein Exit, ne? Ja. Wo können wir denn hier lang? Was soll ich denn hier machen? Was ist das für einer? Muss ich nicht kennen. Was ist das für einer? Macht ihr auch irgendwie irgendwer was? Oder seid ihr einfach nur Dekoration? Wir sind einfach nur Dekoration, kann das sein? Also ich hätte ja mindestens Link gerne einen Kontakt, der wenigstens ein bisschen was macht. Also hier wenigstens so ein bisschen was hat. Muss ja kein Level 10.000 sein. Hm. Ah. Aber die ist mir, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Macht auch Kochvideos, genauso wie die, die mit der... Komm, die sieht nett aus. Die, äh, chatten. Wir stehen vor ihr und chatten. Ich? Super. Achso, warte mal. Wir können ja... Reden, wahrscheinlich. Hm. 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 Komm, die mir aber mal jemand sagen, was wir hier machen müssen. Das, ähm. Was trinkst du da? Erzähl mal. Was trinkst du da? So, ich mach den Balken hier mal so voll, ne? Den da. Ja, genau davor stehen bleiben. Scheiße. So, wir können uns jetzt gegenseitig bekannt... Ähm, nein, nein, nein. Vielleicht sehen wir uns im Gegenteil. Okay. So. Also war eine gute Idee mit der zu quatschen. So machen wir also Kontakte. Was ist mit dir? Ne. Was ist... Ich, ich weiß nicht, was... Was, was... Stell uns nochmal hier hin. Okay. Hm. Da haben sie den anderen fotografiert, hatte mit uns nichts zu tun. Ich weiß, ehrlich gesagt, gehe in den Saal. Na, das hätten wir vorher machen sollen. Wir sind schon im Kino. Wow, alles voll. Lass uns Plätze suchen, bevor uns keiner mehr frei ist. Warte mal, ist hinten nicht immer? Toll, so weit können wir gar nicht. Also irgendwo von hier. Ich glaube, hinten ist besser. Aber da alles auf einer Höhe ist, wäre das auch schon fast wieder egal. Ähm. Ein Platz, der nicht so geleuchtet ist. Vielleicht der da. Vor allem sieht sie uns auch so gleich so. Bäm. Ich sehe ja gar nichts. Ich sehe ja gar nichts. Ich kann es auch nicht anders einstellen. Verdammt. Ich will mit gucken. Hallo? Hallo? Ah, verdammt. Da passiert doch irgendwas. Ich will das sehen. Hallo? Vor allem, wie lange dauert denn das? Wie lange dauert die Vorstellung? Du verlierst Abonnenten. Du solltest mal aufnehmen. Aber sie hat mich doch eingeladen. Im Kino spricht man nicht. Aber komm, wir machen es trotzdem. Alter, diese Aufrufe. Wir haben fünf Videos. Fünf fucking Videos. Und der hat so einen... Massenansturm von Abonnenten oder so. Ich weiß nicht, was das für ein Redekünstler ist oder so. Aber naja. Okay, das ist genug. Okay. Ich gehe jetzt. Okay. Lässt er sie da alleine sitzen? So, ciao? Von diesem Moment an konnte ich mit meinen Freunden, wann auch immer, ich wollte ins Kino gehen. Machen konnte ich dies durch meinen Kalender im Handy. Okay. Halt. Was? Wo willst du denn jetzt hin? Hä? Was? Note. Test. Drei minus. Gescheitert? Wie soll ich denn gescheitert sein? Drei minus ist gut. Oh oh. Nein. Nein. Ist das dein Ernst? Du hast nicht genug gelernt. Dafür wirst du deinen Computer für zwei Tage nicht mehr benutzen. Es tut mir leid, aber du musst dich mehr auf die Schule konzentrieren. Ich sehe schon, du hast das Video, worum ich die Gebeten habe, nicht gemacht. Hättest du nicht genug Zeit oder hast du mich einfach nur ignoriert? Wie auch immer, ich werde meinen Freunden von deiner Professionalität berichten. Was bist du denn für ein Opfer? Die eine wollte mit mir ins Kino gehen, dann kam meine Mutter, hat mir alles weggenommen und jetzt kommst du. Du halbe Portion. Scheiße, wir hätten im Vorfeld lernen müssen, dann hätten wir das noch hingekriegt. Verdammt. Blöde Mutter. Alles die Schuld der Mutter. So, ich mache es jetzt hier. Ich weiß, du wirst von mir... Ja, ja, komm. Hier, mach. Oh, das gibt es doch nicht. Das ist doch voll... Die Abonnenten sind ja zwischendurch auch noch abgehauen. Wegen der Begrüßung. Völlige Äußerung. Lustiger Kommentar. Hier, Bämst. Hat natürlich nicht gepasst, aber auch egal. Wegen der Begrüßung. Sinnloser Kommentar. Dahin. War auch nicht richtig. Okay. Und, was haben wir hier? Bla, 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 bla. Wir machen einen sinnlosen Kommentar. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Dankeschön. Was ist das? Ach, ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir hier drei wunderschöne Videos. Dann würde ich sagen, machen wir einen auf den hier. Einen auf den hier. Und dann war es das. Rendern. Das gibt es einfach nicht. Nur Stress. Und das ist der Grund, warum ich Kontakte meide. Also zumindest... Ne, im Ernst. Ich hätte keine Kontakte. Ich hätte gar keine Zeit für Kontakte. Ich weiß zwar nie, wo die Zeit hin ist, weil ich mache eigentlich nicht sonderlich irgendwas. Aber ich hätte dafür echt keine Zeit und keine Nerven. Davon mal abgesehen. Ich habe nämlich immer nur komische Kontakte. Und dafür habe ich keine Nerven. Und dann natürlich auch keine Zeit. So. Aber hier... Hm. Gut. Dann werden wir das hier jetzt auch mal nutzen. Und ein bisschen lernen, damit die Mutter nicht nochmal rumnervt. In der Zeit wird jetzt ein bisschen abgelodet. Abgelodet. Komm, mach mal hier ein Zick, Zack, Zick, Zack, Zick. Ähm. Wir kommen nach Hause und der Upload ist noch nicht abgeschlossen. Okay. Was? Aufgabe abgeschlossen? Was denn jetzt schon wieder? So. Auf jeden Fall werden wir hier nochmal reingucken. Was ist das hier? Gameplay? Jump'n'Run. Okay. Dann rüsten wir mal auf. Ähm. Haben wir nicht... Ach nee, das sind die Punkte, ne? Okay. Das sind unsere Karten, die wir haben. Tanzende Begrüßungen. Naja. Tod sicher nicht. Kommt ja nicht auf Gedanken. Das wird es bei mir nicht geben. Ich kann nicht tanzen. Ich bin wie ein Stein. Ich habe den Steintanz erfunden. So. Ähm. Spiel auswählen. Wir nehmen nochmal das hier. Das war ja unser erstes. Damit machen wir natürlich auch weiter. So. Fortsetzen. Jawohl. So. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Also im realen Leben, ne? Ähm. Winkende, mörderische Blick, fröhliche Äußerung. Komm, ist ne... Wir begrüßen die ja jetzt, ne? Weil... Ist halt so... Oh, das war die richtige Wahl. Mörderischer Blick. Fröhliche Äußerung. Und lustiger... Mach mal einen auf den. Ah, das war falsch. Okay. Und... Au, der war richtig. Gut. Dann klimpern wir das mal zusammen hier. Das und... Shit, wir können nur eins von beiden. Dann nehmen wir natürlich die Farbe. Wieso Nachbearbeitung? Das verstehe ich gar nicht. Wenn ich bei mir einiges nachbearbeiten würde... Würde ich wahrscheinlich das Video schrotten. Weil ich davon echt keine Ahnung hab. Willst du dich unterhalten? Ach, warum nicht? Äh, ich sollte warten, bis das Video hochgeladen ist. Computer arbeitet. Was? Sie kann nicht vorbeikommen reden. Weil er... Weil der Computer rendert, ja? Ist das dein Ernst? Wahrscheinlich, weil sie immer am PC springt. Wie so ein... Sucht die? Ne, das ist die Mutter. Äh, hey, sag erst. Ich möchte mein Gameplay-Video machen. Weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen soll. Blablabla. Okay, ich helf dir. Vor allem kriegen wir dadurch so viel Geld. Und wir kriegen es einfach nicht. Wir dürfen uns jetzt nichts dazwischen kommen lassen. Wir müssen dieses blöde Video auch machen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Ähm, wieso war es? Äh, ach so, jetzt kommt erst mal das hier an. Öffnen. So, und dann würde ich sagen, ähm... Essen. Wie? Was ist denn? Arbeiten? Ach, wir können nebenbei noch arbeiten? Das schaffen wir so schon alles nicht. Erinnere mich jetzt, als ich zurück in mein Zimmer kam, entschied ich mich dazu, es umzugestalten. Klicke auf deinen PC, um einzukaufen. Klicke auf Dekoration. Wollt ihr mich verarschen? Mein Zimmer ist doch gut, so wie es ist? Idee, mhm. Haha. Okay. Idee ist der beste Laden, um Dekorationen zu kaufen. Aber vergiss nicht auf bestätigen, Einkaufswagen zu klicken. Manche Karten sind objektiv versteckt, nur die man erst noch finden muss. Okay. Ich will diese Beziehung nicht weiter ausbauen, bis wir uns persönlich sehen. Was ist das denn jetzt? Welche Beziehung? Was? Jetzt macht mich doch nicht wohl... Kürre hier, das ist... Nee. So, Dekoration, ja. Wir brauchen das hier. Wir brauchen eigentlich gar nichts. Was störst du mich denn gerade? Du bist leider nicht mit zur Messe gekommen, aber ich wollte dich trotzdem etwas fragen. Willst du mein neuer Mitbewohner werden? Die Wohnung hat ein viel größeres Zimmer, viel besser. Okay. Haha. Vergiss es. Ablehnen. Guter Fang. Telefonier... Telefonier versucht immer neue Sachen zu verkaufen, aber die Internetleitung bleibt immer dieselbe. Was? Was? So, jetzt hört auf mich hier zu steinig. Mach mich voll... Kürre. Ja, nee. So, ähm... Komm. Leg dich schlafen. Was ist dir verdient, wenn du aufwachst? Das... Die klauen mir alle so viel Zeit. Ja, das gibt es nicht. Können wir das hier nebenbei machen? Du kannst nicht meckern. Guck mal hier. Du kannst nicht meckern. Und wie gesagt, dass du deine Menge in dieser Woche verpasst hast. Lass den Computer mal in der Ecke stehen und lernen dir mehr. Was? In der Woche? Wie viele Tage macht der denn... Wie viele... Was? Wie viele Tage macht der denn bitte schon durch? Yeah! Ich hab doch gerade mal ein bisschen... Hier, komm, lernen wir gleich wieder. Was ist denn das für eine Simulation? Ich meine, es entspricht schon etwas mehr der Wahrheit, dass man irgendwas macht und dann ist der Tag gelaufen. Und dann machst du ein Video und dann ist der Tag auch wieder gelaufen. Und es wird eigentlich alles so stress, aber... Ich bin dein Vater. Ups, entschuldige. Falsche Wohnung. Ich sehe, du hast einige... Was? Einiges an Zeug hier. Würdest du mir Papierkorb überlassen, damit ich es meinen Sohn geben kann? Bist du bekloppt? Keine Sorge. Ich bin mir sicher, er hätte Papierkorb eh weggeworfen. Was? Aber ich finde es gut, dass es ja wenigstens automatisch ist. Aber ganz im Ernst, was soll denn das hier alles? Ja, ich klinge mal an einer fremden Tür und äh... Ach, sie haben einen PC, den sie nicht mehr brauchen. Ich könnte noch einen gebrauchen für mich. Oder bei der Freundin, die ich nicht habe. Oder bei meiner Katze, die ich nicht habe. Oder sonst irgendwas, weißt du? Was? Was ist das? So. Ähm, hier. Komm. Wir vernachlässigen jetzt die Videos, weil Mama sonst wieder durchdreht. Es ist doch so zum Kotzen. Vor allem, wann ist denn hier jetzt ein Tag um? Ist jetzt hier rein theoretisch in der Theorie ein Tag um? Oder wie läuft das? Aufgabe abgeschlossen. Erfreulich, ein Kollerkeks. So, gleich weiter. Ähm, achso, das war das Neue, wa? Da wollten wir ja Geld machen mit. Nicht, dass hier wieder Beschwerden kommen von wegen... Du hast mich vergessen, außerdem will ich das Geld haben. Ähm, okay. Tanzende begrüße und Professionale... Ich weiß ja nicht, was das für ein Spiel ist. Komm, wir machen sowas hier. Oh, es ging sogar. Professionale, wir machen einen auf den hier. War auch richtig, hey. Okay, äh, fröhliche Äußerung. Sinnloser Kommentar. Auch gut, okay. Und einen lustigen Kommentar. Okay, das war auch gut. Perfekt. Ich weiß zwar nicht, wie wir es geschafft haben, aber... Ja, doch. Halt. Ah, war das... Jetzt habe ich es durcheinander gehauen, oder? Ich hoffe doch nicht. So, und dann... Du hast das Video nicht gemacht. Warte doch mal. Bist du bescheuert, oder was? Ich bin doch gerade dabei. Video nicht gemacht. Ja, schon, okay. Ich glaube nicht, dass ich dich noch einmal fragen werde. Ganz im Ernst, mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich für ihn ein Video machen werde. Außerdem, wenn es von... Von ihm da jetzt der Kanal ist, ja. Warum... Warum kann er das denn nicht selber machen? Oh. Okay, tschüss. Komm, wir gehen noch mal ins Kino, weil... Ist ja halt so... Komm, du brauchst nichts Neues. Jetzt ist eh gerade Upload... Ach nee, nicht mal Upload. Kurz ist ja erst mal nur rendern. Upload kommt ja erst danach. Ich kann da zwei totstreichen lassen. Ey, es ist... Komm, wir gehen hier diesmal gleich... Wie war denn das? So, ach so, wie kann er nur... Komm, lauf, 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 lauf. Wo ist denn eigentlich die eine? Ach, egal. So, und... In den Saal. Ja, so, äh... Mehr oder weniger macht man das denn. So, wir setzen uns wieder ins Dunkle. Hier sind aber nicht gerade viele Leute. Wo sollen die sitzen? Ich sitze schon. Ich weiß nicht, wo du dich hinsetzt, aber... So. Ach so, Kamera drehen. So, wir gucken uns wieder denselben Film an wie beim letzten Mal. Das ist also sehr interessant. Trotzdem will ich... Ich will den Film sehen. Doof das, was sie nicht machen können. Ähm, apropos meinen Kanal. Was ist das hier eigentlich? Ich kann doch hier so nebenbei mal... Aha. Rang auf YouTube. Hassan. Vlogger. Okay. Und welchen Rang habe ich? Wahrscheinlich, äh... 25 Milliarden. Ähm... 18K-Aufrufe habe ich schon insgesamt. 3K-Abonnenten. Und insgesamt 28 Dollar. Ob das jetzt wiederum hinkommt, das weiß ich nicht. Kann ich nichts sagen. Ich habe bis jetzt noch nie was verdient. Und diese Zahlen hier... Ha. Habe ich noch nie erreicht. Beziehungsweise... Naja. 4K... 4K-Views auf... Ha, ha, ha. So, dein Netzwerk. Ich kann keinem Netzwerk beitreten, weil ich zu wenig von irgendwas habe. Okay. Ja, was ist das hier alles? Also, was ist das hier vor allem? Achso, das ist der Rang. Okay. Wo sind wir? Ich gehe mal nach ganz unten. Wir sind Rang 51. Okay, mehr gibt es nicht. Alter. Was? Ne. So, das sind unsere Videos. Es hat mit 44 angefangen. Da steht dich eine Verbesserung. Nein, stimmt nicht. Impulse 2 war nicht so. Was, Zuschauer? Ernst, spaßig, lehrreich, unterhaltsam. Jünger, älter. Mann, Frau. Okay. Insgesamt. Interesse. Hm, keine Ahnung. Ja, gut. Keine Warnung. Warnung, weshalb? Ich habe doch nichts gemacht. Warum denn Warnung? Die wollen mir doch nicht etwa ein Spiel andrehen, was mich verwarnen kann. Ich will keine Strikes haben. So, können wir hier jetzt... Ist der Film jetzt mal bei zu Ende. Ich, ähm... Vor allem, wo ist denn da jetzt die Leiste von dem Upload und so? Nicht, dass das dann pausiert, wenn wir nicht da sind. Oder erst gar nicht hochgeladen wird. Na, das wäre ja richtig mies. Oh Gott. Ja, was... Ich weiß gerade auch immer noch nicht so wirklich, was ich von dem Spiel halten soll. Also... Meine Befürchtung war unbegründet, dass ich nicht klarkomme. Also gut, ich komme nicht wirklich klar. Aber es ist relativ... Wird da alles erklärt. Also man steigert sich hier Stück für Stück rein. Ich weiß schon, wie ich es vergründet. Vielleicht kann ich hier... ... dann... ...dkannisch? Ich weiß eigentlich... ...dkannisch? ...dkannisch? Vielen Dank.